Du willst wissen, was es mit dem Konzept des Corporate Psychopaths auf sich hat und warum du in deinem Leben bestimmt schon mal einem Psychopathen begegnet bist? Dann bleib jetzt dran! Hey Leute, bevor wir loslegen, müssen wir euch kurz darauf hinweisen, dass dieser Podcast nichts für schwache Nerven ist. Wir erzählen euch Geschichten, die zwar fiktiv sind, aber einen wahren Kern haben. Die Storys, die wir mit euch teilen können, schockierend, verstörend und beängstigend sein, denn sie thematisieren teilweise Suizid, psychische, physische oder sexuelle Gewalt. Manchmal sind aber auch besondere Perlen dabei, solche, die eher eure Lachmuskeln trainieren und eurer Tränendrüse eine kleine Verschnaufpause gönnen. Trotzdem unser Appell an euch, achtet auf euch und bitte hört nur rein, wenn ihr euch auch emotional stabil fühlt und euch diese Themen nicht belasten. Luisa, hattest du schon mal das Gefühl, dass jemand auf deinen Geist zugreift? Okay, wow. Es geht gleich ins Eingemachte. Ich würde sagen, ja, hatte ich schon mal. Zumindest halt das Gefühl, wenn ich das jetzt übersetzen würde, deine Frage, dass ich manipuliert werde. Das habe ich schon gehabt und das ist für mich so ein bisschen auf den Geist zu greifen. Wolltest du darauf hinaus? So ähnlich? Ja, wollte ich, wollte ich. Okay. Und wie hat sich das angefühlt? Nicht so gut, nicht so gut. Vor allem, weil man so ein unterbewusstes Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht oder irgendwie wird man gelenkt und will das eigentlich vielleicht gar nicht so, aber man kann das nicht so genau greifen. Und jetzt in der Retrospektive kann ich das ein bisschen besser analysieren, dass das von jemand außen gewollt war, dass das eine Manipulation war. Aber ich glaube, damals in der Situation habe ich das nicht so direkt, ja, ausmachen können, dass ich das nicht selber bin. Und das ist nicht so ein tolles Gefühl. Vor allem jetzt auch in der, eben in der Nachschau. Ich glaube, dass mehr Menschen manipuliert werden oder gelenkt werden. Also man denkt und tatsächlich ist es so, dass unsere Gehirne ja eigentlich dafür gemacht sind. Also es gibt ja auch diese Aussage, du kannst nicht nicht beeinflusst werden, weil jede Interaktion beeinflusst natürlich das Gegenüber. und wir beeinflussen uns alle gegenseitig und der Grund dafür ist, weil wir halt hochgradig sozial, also nicht sozial im Sinn von freundlich, sondern kollektive Lebewesen sind, die in der Gruppe sehr gut funktionieren müssen. Und da kann man halt nicht so wie die durchschnittliche Hauskatze sagen, ist mir egal. Und damit das nicht alles so explizit angesprochen werden muss, so hör zu, ich werde jetzt auf dein Gehirn zugreifen, damit wir uns hier einig werden über das Ferienprogramm, läuft das natürlich alles unbewusst. Und dann gibt es aber schon die Leute, die das dann vielleicht ein bisschen professioneller machen, absichtlicher oder aber auch das dann ganz unschön egoistisch machen, also destruktiv für den anderen. Okay, okay. Ich bin gespannt, worauf heute die Folge abzieht, beziehungsweise deine Kurzgeschichte, die du mir mitgebracht hast. Das ist verheißungsvoll. Vielleicht noch einen Punkt, das fand ich jetzt gerade spannend, wo du das gesagt hast, dass wir das ja in der täglichen Interaktion auch immer machen mit der Manipulation. Es gibt doch dieses, das habe ich mal irgendwo, ich habe es gar nicht gelesen, aber so, dass man am besten, wenn man jetzt zum Beispiel keine Lust hat zu kochen, dass man dann zum Beispiel zu seinem Partner sagt, ah, nee, also so Pizza auf Pizza hätte ich Lust, aber du bist da ja der Experte drin. Das ist ja auch schon eine Manipulation, dass man der Person dann praktisch eine positive Affirmation macht und sie fühlt sich dann praktisch motiviert, das zu tun, aber eigentlich hat man das aus einer egoistischen Motivation rausgemacht. Aber ja. Absolut. Und die Sprache, wenn man sich mal ein bisschen darauf achtet und nicht so Angst hat vor diesem Wort, dass er total negativ konnotiert ist, aber eigentlich auch neutral einfach als Form der Vereinflussung natürlich genutzt werden kann, da merkt man so jede Interaktion grauenhaft. Ja, man versucht sich durchzusetzen oder will irgendwie was schlichten und immer greift man natürlich auch so ein bisschen auf das Gehirn des anderen zu. Und eben, wie gesagt, das ist ja auch nicht schlecht bis zu einem gewissen Punkt. Ja, absolut. Vielleicht machen wir hier kurz einen Cut, dass wir uns vielleicht vorstellen, oder? Weil es ist unsere erste Folge von diesem Podcast und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben keine Ahnung, wer wir eigentlich sind und warum wir hier gerade quatschen. Ich lasse dir den Vortritt. Ja, mein Name ist Franka Burkhardt. Ich bin Soziologin und habe Organisationssoziologie und Organisationspsychologie studiert bzw. darin promoviert. Ich bin aber keine Psychologin, aber das ist ein Themengebiet, mit dem ich jetzt außerhalb von universitären Diplomen quasi mein Leben verbracht habe, weil es einfach total spannend ist und weil es auch zu meiner Arbeit gehört. Ich begleite nämlich Menschen und Organisationen in Veränderung und wir machen hier zusammen einen Podcast über ein paar schwierige Themen im Alltag. Genau. Und da schließe ich mich kurz an. Ich bin Luisa Cimino. Ich bin auch eigentlich Soziologin, aber wie es ja so ist in der Soziologie, kann man da verschiedene Richtungen später einschlagen. Und eigentlich wollte ich ja mal das machen, was du machst, Organisationsentwicklung und Change Management. Aber ich sage jetzt mal, heute durch einen glücklichen Zufall konnte ich bei dir meine Fähigkeiten, meine persönlichen Interessen weiter verfolgen, weil du mich nämlich darin unterstützt, mich da so ein bisschen selbst zu verwirklichen. Und deswegen mache ich bei uns mehr kreative Sachen. Ich schneide Videos, ich schneide Podcasts, ich kreiere Dinge für Menschen, damit sie ja ihre Themen, ihre Kernbotschaften an ihre Zielgruppe bekommen. Und da hilft mir natürlich meine soziologische Grundkenntnis auch ein bisschen was. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ganz spannendes kreatives Themenfeld, in dem ich da unterwegs sein darf. Und ich interessiere mich auch ähnlich wie du sehr für solche psychologischen Themen, aber auch kommunikative Themen. Ich gucke mir immer an, was passiert gerade so im Weltgeschehen, was läuft gerade so um uns rum ab und ich glaube, da haben wir eine gute Mischung gefunden, dass wir da so ein bisschen an so ein paar Themen rangehen, die uns alle betreffen, die wir alle kennen, die mal lustig sind, die mal wirklich nicht so lustig sind. Und das ist so unser Ziel dieses Podcasts, diese Themen aufs Tableau zu heben und es ein bisschen durchzuexerzieren. Also nochmal kurz, ich bin die Franca. Ich bin die Luisa. Und wir erzählen vom ganz normalen Horror. Luisa, ich komme heute mit einer Geschichte, die ist natürlich fiktiv, aber tatsächlich in der Ausarbeitung dieser Geschichte haben ganz viele Leute auch erzählt. Das dreht sich jetzt also nicht zwingend um eine Person oder um die genannten Personen, sondern die Leute haben von einem Phänomen erzählt und von Situationen erzählt und ich habe versucht, die in aller Kürze darzustellen und ich bin gespannt, was du denn dazu sagst. Hier vielleicht noch die Triggerwarnung. Also es gibt keine Gewalt in dem Sinne, physische Gewalt in der Geschichte. Es geht aber schon um Manipulation und es geht schon um Machtmissbrauch und wenn Leute an dem Thema sensibel wären oder so, dann würde ich die Geschichte überspringen. Jeff nervte sich ab seinem Bruder Ed, der sich schon als Junge immer in den Mittelpunkt drängte. Sein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung war unersättlich und hat Jeff immer in eine Ecke gedrängt. Obwohl Jeff unterdessen gegen die 50 ging, schaffte es sein Bruder immer noch, ihm dieses Gefühl von Minderwertigkeit zu geben. Die letzten Weihnachten waren der blanke Horror. Was machst du? Stabschef von Levino? Mein Gott! Jetzt bist du bald ein alter Mann und immer noch nur Stabschef. Da hättest du ja gleich mal eine Vorzimmerdame werden können. Wen diese ewigen Stichlereien nervten. Jeff rollte in Gedanken an diese Aussagen die Augen. Natürlich war Ed brillant, erfolgreich, CEO einer internationalen Strategieberatung. Aber auch nur, weil man in dieser Welt nur weiterkommt, wenn man vor allem an sich selbst glaubt. Irgendwie glauben dann die anderen auch an einen. So viel Selbstvertrauen hatte Jeff nie. Trotzdem ist er dran geblieben und endlich, endlich wurde er belohnt. Levino kam vor ein paar Tagen zu ihm und sagte, er würde ihn in die Geschäftsleitung befördern. Damit hast du nicht gerechnet, Bruderherz, spottete Jeff in seinem viel zu großen Büro einsam vor sich hin. Was er nicht wusste? Levino machte nichts ohne Hintergedanken. Die Beförderung in die Geschäftsleitung hat Jeff beflügelt. Nun endlich konnte er allen und vor allem Ed zeigen, was er kann. Levino hat ihm aber gleich klargemacht, dass er nun eine gewisse Härte erwarten würde. Schließlich sei die Firma ein Eldorado für unnötige Kosten und vor allem für unnötige Menschen. Die Kosten müssen runter, die Leute müssen weg. Schreibt dir das hinter die Ohren. Natürlich, Sir. Niemand widerspricht Levino. Jeff wusste das, obwohl es ihm im tiefsten Inneren nicht ganz wohl war bei der Sache. Eine leise Stimme meldete sich immer wieder und streute Zweifel. War das richtig? Können wir so vorgehen? Levino mochte es nicht, wenn Jeff Rückfragen stellte. Seine Reaktion war dann immer dieselbe. Er lehnte sich in seinem Sessel, der irgendwie einem Thron glich, zurück, richtete sich gerade auf, sodass er auf Jeff herunterblickte, legte seine Hand in edler Geste auf die Tischkante und fing an, ganz ruhig und deutlich zu argumentieren. Die Levino-Argumentation hörte sich immer wie die absolute Wahrheit an. Kein Gedanke konnte mehr entstehen, der irgendwie aus der Reihe tanzte. Jeff fühlte sich, als würde sein Geist von etwas umschlungen werden, was alle Stimmen zum Schweigen brachte. Während einer solchen Ansprache schaute ihn Levino ohne zu blinzeln an. Er hielt den Blick aufrecht, ganz so, als würde er so sicherstellen, dass Jeff die geistige Umarmung nicht verlässt. Jeff ging dann aus dem Büro und setzte um. Wie von fremder Hand gesteuert. Wie wenn all seine Überlegungen und Überzeugungen verblasst und verschwunden wären. Es kam ihm gar nie der Gedanke, Levino könnte falsch liegen. Er erinnerte sich noch nicht einmal an seine eigenen Zweifel. Er setzte nur noch um. Zu Beginn verflog dieser Zustand der geistigen Umarmung wieder, aber mit der Zeit war es beinahe so, als hätte sich das Reptil so innig um seinen Geist geschlungen, dass er keinen Unterschied mehr gab zwischen ihm und Levino. Er war Levino, sein verlängerter Arm, seine rechte Hand. Er wusste auch, was Levino tat. Natürlich wusste er von den gelöschten Akten, den gefälschten Analysen. Er wusste von den Menschen, die zu ihm kamen und um Hilfe baten. Alle hatte er sie verraten. Er wusste von der Wut Levinos, von der Kälte, die den ganzen Raum erfüllen konnte, wenn etwas nicht nach seinem Wunsch vorliegt. Er wusste von den strahlenden Auftritten, dem gewinnenden Lächeln und den herzlichen Interaktionen, die wie eine Maske die kalte Haut verdeckten. Er wusste davon, aber irgendwann hat all dies aufgehört, falsch zu wirken. Es hat aufgehört, ihm Angst zu machen. Es war wie von Gott gegeben. Natürlich, Levino war kein Gott, aber er hätte einer sein können. Und Gott widerspricht man nicht, schon gar nicht, wenn man die rechte Hand Gottes ist. Als ihn Levino dann in sein Büro holte, um ihm den einen Auftrag zu geben, wachte Jeff für ein paar Sekunden aus seinem immerwährenden Wachkoma auf. Für ein paar Sekunden erkannte Jeff, wie falsch es war, aber dann kam schon wieder der Blick. Und an diesem Morgen die Worte, Jeff, du hast es weit gebracht. Wäre es nicht schade, all das nun aufzugeben, nur wegen so einem kleinen Gefallen? Du weißt doch, wir sind ein Team. Vertrau mir, es kommt gut. Auf die Frage des Journalisten reagierte Levino mit der notwendigen rhetorischen Stärke, kombiniert mit viel Unschuld und einer Prise Scham. Ich versichere ihm, ich weiß nicht, wie Jeff auf so eine Idee kam. Niemals würde ich ihm so einen Auftrag geben. Ich wurde gar nicht erst über sein Vorhaben informiert. Ein verwerfliches Vorhaben, ohne Zweifel. Und wir werden alles tun, um diesen Fall intern bis ins letzte Detail aufzuklären. 24 Stunden später wurde bekannt gegeben, dass Jeff mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsleitung zurücktritt. Als er die Tür seines Büros hinter sich schloss, erblickte er Levino, der gerade dabei war, in sein nächstes Meeting zu gehen. Der Blick sagte alles. Natürlich, Sir, ich werde schweigen. So spielt Jeff. Nur Ed wusste alles besser. Klar ist für ihn, Jeff wäre besser im Vorzimmer geblieben. Dort gehörte er hin. Ja, ich würde sagen, eine Story, die es auf jeden Fall in sich hat. Und ich muss sagen, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, dass ich glaube, dass diese Geschichte, du hast es ja auch vorhin gesagt, natürlich eben nicht nur fiktiv ist, sondern auch eben auf Wahnbegebenheiten beruht. Und diese Art von Umgang oder diese Situation, entweder in dieser krassen Ausprägung oder vielleicht auch in einer abgeschwächteren Form, glaube ich, öfter vorkommt, als einem lieb ist. Und es eben in Unternehmen ganz oft so zugeht, dass man als Mensch Dinge dort tut, die man vielleicht selbst aus der intrinsischen Motivation heraus nicht machen würde. Man aber irgendwie in so eine Spirale reinrutscht und dann Dinge eben tut, die man vielleicht selber für moralisch oder ethisch verwerflich hält. Und daran anschließend vielleicht noch der Punkt, dass ich glaube, es auch ganz oft so ist, natürlich ein düsteres Bild, aber dass Unternehmen nach außen hin das natürlich nicht zeigen wollen, sondern nach außen hin soll der Schein gewahrt werden. Und nach außen hin präsentiert man sich als Unternehmen, das Sorge trägt für die Umwelt, für die Konsumenten, aber auch für die Mitarbeitenden. Und ich finde, es zeigt ganz schön, was im Inneren von einer Organisation, von so einem System abgehen kann. Und dann vielleicht daran noch angeschlossen, wenn man jetzt auf die individuelle Perspektive schauen würde. Ich glaube, für die Person jetzt, in dem Fall für Jeff, ist es überhaupt nicht so einfach, das Ganze irgendwie zu fassen, weil es irgendwie was Abstraktes ist, was nicht Greifbares, was ihm da passiert. Er wird irgendwie manipuliert und gelenkt, aber eben nicht so unmittelbar. Und es ist irgendwie einfacher, glaube ich, wenn man so ein ungutes Gefühl hat oder wenn man sich gegen was wehren möchte, wenn man das wie ganz klar vor Augen hat. Also keine Ahnung, wenn er ihm jetzt irgendwie mit einem Brieföffner in die Hand geschnitten hätte, dann hätte er sagen können, hey, was machst du da? Du hast mir gerade eben eine Verletzung zugefügt und man sieht, dass du es warst, weil du hast noch den blutverschmierten Brieföffner in der Hand. Also diese Evidenz, die man in anderen Situationen hat, ist in solchen Manipulationssituationen nicht gegeben. Und wenn es dann eben auch noch über eine längere Zeit geht, wo das dann so langsam schleichend, wo man da infiltriert wird, dann ist es, glaube ich, ja auch für die eigene Psyche und für den Mensch, der da instrumentalisiert wird, auch ziemlich schwierig. Also wirklich spannendes Thema, was du aufgemacht hast. Und ich bin gespannt, was du dazu recherchiert hast. Ja, das ist genau so. Ich glaube, diese mentale Gewalt, sage ich jetzt mal, die kommt ja auch ganz subtil und wirkt sich auch ganz diffus aus. Und die Tür, die wir hier natürlich jetzt aufstoßen, ist die Tür, die Paulus und Williams, die beiden Autoren, in ihrem Artikel oder ihrem Buch 2002, die dunkle Triade nennen. Also hier haben wir es ganz eindeutig mit einer oder mit Personen zu tun, die sich da wahrscheinlich in irgendeiner Form einordnen würden. Und ich würde gern einfach ganz kurz was dazu sagen und dann auch versuchen, auf die Geschichte etwas zurückzukommen. Die dunkle Triade besteht ja eben, wie das Wort schon sagt, aus drei Pfeilern quasi oder drei Persönlichkeitstypen. Und wichtig ist hier zu verstehen, es handelt sich nicht um klinische Profile. Also klinische Psychologie beschäftigt sich ja mit Erkrankungen im eigentlichen Sinn. Die sind dann durch klinische Psychologen diagnostizierbar oder durch Psychotherapeuten oder auch Psychiater diagnostizierbar. Und das ist ein ganz, ganz super interessantes Feld, aber das ist nicht das Feld, das wir hier betreten, sondern hier geht es eigentlich um subklinische Bereiche. Das heißt, so ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, es geht um Charakter- oder Persönlichkeitszüge, die in die Richtung gehen von gewissen Erkrankungen, wo aber, es ist quasi ja eher ein Spektrum, sich aber vielleicht noch im normalen Bereich, wenn auch schon ziemlich extreme oder beeindruckende Ausprägungen sind, aber eben nicht unter diese Diskussion fallen, ist es jetzt eine Krankheit oder nicht. Das spielt hier eigentlich gar keine Rolle, sondern es sind eben diese subklinischen Persönlichkeitsmerkmale. Und das hat Le Breton und seine Kollegen haben das im 2006 erarbeitet und haben da eine ganz interessante Brücke geschlagen zwischen der klinischen Psychologie und der Sozialpsychologie oder der Organisationspsychologie, um auch ein bisschen besser zu verstehen, okay, was bedeuten denn, wenn solche Merkmale, solche Persönlichkeitsmerkmale im beruflichen Umfeld aktiv werden. Und die dunkle Triade geht also da rein und das bedeutet, wenn man von der spricht, bedeutet das, dass wir von Persönlichkeitsmerkmalen sprechen, die eben subklinisch sind und nicht zwingend klinisch. Das schließt aber natürlich klinisch nicht aus, aber außerhalb der Therapeuten und Psychiatern darf das sowieso niemand diagnostizieren und deshalb ist das so wie ein Feld, das man nicht betritt. Und die dunkle Triade befasst sich aber nur mit drei Persönlichkeitsmerkmalen, wovon zwei überhaupt eine klinische Form haben und nämlich die Psychopathie und der Narzissmus. Die gibt es also quasi auch mit dem Label Krankheit, aber die gibt es auch so in einem Spektrum ein bisschen weiter vorne, auch als Persönlichkeitsmerkmal. Und das dritte sind die Machiavenisten, das ist dann wirklich so ein Persönlichkeitsmerkmal, auf das gehen wir heute nicht im Detail ein, aber das kennen wir alle auch. Das sind Leute, die so ein bisschen zwei Gesichter haben, die sich auch skrupellos verhalten, aber immer mit dem Ziel weiterzukommen, die auch, Lügen gehört da natürlich auch dazu, aber sich auch ganz geschickt zu positionieren, vielleicht auch mal Leute dann im Verlauf dieser Positionierung gegeneinander auszuspielen und so. Also das sind schon ganz schwierige Persönlichkeitstypen. Da steht aber keine Krankheit dahinter und kann auch in keine Krankheit münden. Anders ist es eben beim Narzissen. Das kennen wir, das kommt ursprünglich ja von dieser griechischen Mythologie, dass sich da einer in sein eigenes Spiegelbild im Bach verliebt hat. Also diese vermeintliche Selbstverliebtheit und sich immer eigentlich ins Zentrum stellen und dieser unglaubliche Wertschätzungsdurst. Und das haben wir schon auch in der Geschichte und das wäre halt der Bruder Ed. Und Narzissen können natürlich auch familiär ganz viel auslösen, gerade wenn, so wie jetzt Jeff in der Geschichte, kein so ein Phänomen da ist, können die einem ständig erniedrigen. Und nämlich ist das nicht nur in der Kindheit so, sondern das bleibt dann so. Und interessanterweise kann das natürlich dann auch dazu führen, dass andere sich irgendwie anfangen, komisch zu verhalten. Weil sie immer unter Druck stehen in der Präsenz von einem Narzissen. Und das Letzte ist, und da würde ich heute gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen, ist eben die Psychopathie. Und ich meine, die meisten von uns denken bei Psychopathen ja an Criminal Minds und True Crime Podcasts. Also so an die Monster, die da in der Ecke stehen und dich einfach Freude an der Sache irgendwie niedermetzeln. Ja, ich denke da gerade an, sorry, ganz kurz an Christian Bale, American Psycho, habe ich letztens angeguckt. Bruder Hadafeld. Ja, genau. Der kam mir da gerade. Und da gibt es einige in der Fraktion, die dann recht berühmt wurden. Und das ist dann aber wirklich, das geht dann eben in diese Krankheit rein und sie haben ein ganz starkes antisoziales Verhalten dann und sind auch gewalttätig. Also nicht nur verbal oder mental, sondern auch körperlich. Um die geht es aber hier nicht. Weil die meisten Psychopathen zerren dich nicht aus dem Auto und foltern dich und töten dich einfach zum Spaß. Und sperren dich in den Keller. Oder so. Genau. Also die gibt es auch noch, die Keller-Psychopathen. Nee, aber die meisten, die meisten machen das gar nicht. Die meisten fallen gar nicht so auf eigentlich. Sondern die sind überall und tendenziell, genauso wie ihre beiden Kollegen, die Narzissten und die Machiavellisten, in der Chefetage. Und es gibt ja dieses Zitat von Robert Hare. Und er sagt, nicht alle Psychopathen sind in Kliniken, ein paar sind in der Geschäftsleitung. Und so ist es auch. Und tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass gerade Psychopathen, diese sogenannten Corporate Psychopathen, also eben die subklinische Form, dass die sich in den Geschäftsleitungen und Verwaltungsräten dieser Welt tummelt. Aber durchaus auch bei Militär und Polizei und bei den Chirurgen, so muss das auch oft gehen. Und die fallen da auch nicht zwingend negativ auf oder auch nicht gerade sofort. Sind ein bisschen schwierig im Umgang. Wir kommen noch darauf. Manchmal, aber auch oft sehr charmant. Und sehr, sehr leistungsfähig. Und hier komme ich eigentlich so zum Sales Pitch. Sie sind natürlich super stressresistent. Ja, ich finde, da fällt mir auch gerade ein Groschen, wenn du diese Stressresistenz ansprichst. Weil ich habe mir auch schon oft überlegt oder den Gedanken gehabt, so krass bei Unternehmen, wenn die zum Beispiel irgendwie einen Skandal haben oder wenn wieder irgendwas Politisches passiert oder was auch immer. oder einfach nur ein bisschen Druck ausgeübt wird, weil sich der Markt verändert. Dass ja wahnsinnig viel Druck auf diesen Leuten lastet. Oder wenn man jetzt auch teilweise Politiker anschaut, die dann da irgendwie echt viel machen müssen. Da habe ich mir schon oft gedacht, warum machen die das eigentlich? Also ich würde mir das gar nicht antun. Und vielleicht spielt das ja auch so ein bisschen eine Rolle, dass sie das gar nicht so spüren. Also dass sie diesen Stress, diesen Druck, diese Angst oder Unsicherheit, was damit auch vielleicht verbunden ist, bei uns in Anführungszeichen normalos, einfach nicht spüren. Und deswegen machen sie es halt oder können sie es halt, oder? Kevin Dutton hat ja zudem gesagt, 2012, The Wisdom of Psycho Pass, dass die eben super im Stressmanagement sind. Hat er wahrscheinlich nicht ganz so ernst gemeint, als er sagte, wir können viel von denen lernen. Weil tatsächlich managen sie Stress wahrscheinlich jetzt nicht übermäßig bewusst. Sondern es ist vielmehr so, dass sie Einschränkungen haben eigentlich im Gehirn, wenn man so möchte. Sie haben eigentlich eine Beeinträchtigung von zwei Hirnregionen. Blair 2007 sagt, dass die Amygdala und der präfrontale Kortex irgendwie nicht ganz so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Und sich daraus eigentlich diese vermeintliche Stressresistenz entwickelt. Oder eben dieses Stressmanagement, das keines ist. Weil sie einfach Stress nicht gleich wahrnehmen. Sie werden als furchtlos beschrieben. Und natürlich haben sie auch keine Angst vor Konsequenzen. Und deshalb wirken sie natürlich auf uns, man könnte schon sagen, wie Superhelden, oder? Bis dann eben die Fehleinschätzung am Thema deutlich wird. Kannst du vielleicht noch mal kurz einordnen, für was ist eigentlich die Amygdala da? Das ist unser Angstzentrum, oder? Ja, nicht nur, aber der Stress oder die Stressreaktionen, die werden von der Amygdala ausgelöst, oder mitunter ausgelöst. Das Gehirn ist ja super komplex und ich würde mich jetzt nicht Neurolog nennen wollen. Aber die Amygdala spielt da sicher eine sehr wichtige Rolle. Und wenn man natürlich jetzt bedenkt, dass die beschädigt ist und einfach nicht anspringt, wie so ein Rasenmäher, der da nicht losläuft, dann ist natürlich auch der Stress nicht auf der Straße, sondern der steht immer noch in der Garage zu Hause und hat seine Ruhe. Also so muss man sich das ein bisschen vorstellen. Okay. Ja, das ist spannend. Jetzt ist aber die Frage, oder hast du da Zahlen dazu, wie viele dieser Leute sind denn in so Führungsetagen und in so höheren Führungspositionen? Ist es die Mehrheit oder ist es eher nur so ein geringfügiger Teil? Also wir haben beispielsweise zu diesem Ausdruck Corporate Psychopath, haben wir Babiak & Hare, den haben wir vorher schon gehört, 2006, meinten, dass jetzt bei Managern im Vergleich zur Gesamtbevölkerung die subklinische Form oder vielleicht auch die klinische Form an Psychopathie total überrepräsentiert ist. Also das heißt, wir haben unglaublich viele Leute im Vergleich zur Gesamtpopulation, die eine subklinische Form oder auch eine klinische Form von Psychopathie haben, die aber keine physische Gewalt zeigen, sich eigentlich gut anpassen, charmant wirken, furchtlos, ehrgeizig da reingehen und Karriere machen und sich dann an der Spitze wiederfinden. Und das ist offenbar vor allem in diesen Corporates der Fall. Und die fallen dann auch nicht übermäßig auf, zumindest nicht zu Beginn. Also wenn sie überhaupt auch fallen, dann eigentlich positiv. Die sind halt immer total souverän, haben immer für alles eine Antwort, die sind immer so ein bisschen locker drauf, können aber sehr charmant sein, geradezu einfühlend wirken, obwohl sie de facto eben nichts fühlen und schon gar keine Empathie. Und so halten sie eigentlich die anderen zum Narren, oder? Die Frage ist halt auch, ob sie es selber wissen oder nicht. Da habe ich schon mal gelesen, dass sie in den USA da ein bisschen Awareness betreiben und dass die Leute das teilweise schon wissen. Aber wenn du halt nicht so viel fühlst, ist es dir vielleicht auch egal. Also, das ist schwierig. Das ist echt schwierig, ja. Sensibilisierung beim Psychopathen, nicht ganz so einfach. Aber gut, vielleicht geht das ja doch. Und interessant ist, oder finde ich halt, diesen Helden-Effekt. Und wenn du die auf den ersten Blick dann siehst, die sind eben nicht a priori asozial dann in dieser subklinischen Form und auch nicht gewalttätig, zumindest nicht physisch. Und die wirken dann charmant und die können total gut auf dich eingehen. Und ich glaube, so viele, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, die mit solchen Leuten zu tun hatten, die sagen, hey, ich war eigentlich in erster Linie total beeindruckt, fand den Menschen toll. Er hatte auch irgendwie den Wunsch, in dessen Nähe zu sein und für ihn etwas zu tun. Also, sie haben so etwas Vereinnahmendes, sagt man dem, glaube ich. Ja. Und sie sind super charmant. Und das geht ja offenbar so weit, dass die auf Kommando weinen können und so. Also, dass die das wirklich auch trainieren, diese soziale Emotionalität. Also, wenn du dann da kommst und sagst, ja, jetzt ist mein Vater im Spital. Dann, wenn sie gerade einen guten Tag haben und Zeit und gerade die Nerven für sowas, dann können die durchaus auch so, nee, das tut mir aber leid und das ist ja furchtbar und so. Und du denkst dann, oh, ist voll der Sensible. Und ich denke, der so, ist mir doch egal, ey. Ja, ja, ja. Get over it, auf den Säulen. Ja, ja. Das finde ich krass, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, weil das habe ich mich auch gerade gefragt, ob jetzt dann, also, was sind da jetzt, ist das von Vorteil oder ist das von Nachteil für, auch für ein Unternehmen? Und nicht nur für ein Unternehmen, sondern auch für die Menschen. Also, macht das was mit uns als Menschen, als Arbeitnehmende? Das wäre jetzt so eine, vielleicht ist das eine arg philosophische Frage. Aber, weißt du, weil, wenn wir alle, das heißt ja praktisch, wir alle kennen wahrscheinlich erst mal Psychopathen. Das würde ich jetzt daraus schließen. Eben keinen, keinen klinischen, sondern aus dieser subklinischen Sparte. Und wir alle haben vielleicht schon mal unter einem gearbeitet. Und was sind da jetzt so ein bisschen die Auswirkungen, dass wir uns vielleicht das nochmal ein bisschen anschauen? Weil das finde ich irgendwie jetzt gerade spannend. Ja, da muss ich nochmal kurz zurückgehen, weil... Yes. Da gibt es so eine theoretische Unterscheidung, offenbar. Die Unterscheidung, die gemacht wird, also, ich gehe jetzt mal nochmal ins Übergeordnete. Also, sie sind so ein bisschen egozentrisch, teilweise impulsiv. Ja, sie haben, sie machen immer eine Externalisierung von Schuld, heißt es in der Literatur. Das machen übrigens Narzissen auch. Da gibt es auch sehr viele Komorbide, also Menschen, die beide subklinischen Ausprägungen haben. Das ist dann echt, da hast du dann echt den Wettbewerb gewonnen. So, nee, der ist nicht nur psychopathisch, der hat auch noch das andere. Also, das ist leider nicht so selten. Also, so praktisch ganz kurz. Aber das muss man vielleicht noch sagen. Ja, zum einen unsere Externalisierung von Schuld, so von wegen, ja, du bist schuld, warum ich dich jetzt gerade angeschrieben habe. Hättest du nicht das und das gemacht, dann hätte ich auch nicht schreien müssen. So, dieses Muster. Korrekt? Also, das aber natürlich nur, weil jemand Externalisierung von Schuld macht, ist er wegen dem noch nicht ein Psychopath. Ja, das machen wir im Alltag auch selber. Genau. Also, das haben wir alle so ein bisschen. Da gibt es vielleicht eine Ausprägung, wo man dann denkt, gut, das ist jetzt nicht mehr normal. So, oder nicht mal durchschnittlich. So, und jetzt gibt es eben diese Unterscheidung und nämlich in diese primäre Psychopathen und die sekundären Psychopathen und das hat Lücken, hat das so definiert. Und Lücken sagt, okay, die primären Psychopathen, das sind eigentlich die Vorbild-Psychopathen im guten Sinne. Okay. Und dann gibt es eben diesen sekundären Typus, der ist dann eher so ein bisschen impulsiv und destruktiv und greift halt Menschen dann auch an und ist einfach nicht, ja, ist nicht umgänglich und mental oder kommunikativ auch gewalttätig, wenn auch nicht physisch. Und jetzt zu deiner Frage zurück, was heißt das für ein Mitarbeitenden? Also, ich glaube, grundsätzlich konnten sie schon auch aufzeigen, dass eben diese Auswirkungen auf die Firma und auf die Leute, dass die ganz und gar nicht gut ist, aber das nicht zu Beginn. Also, wir haben eine Anfangsphase, wo vor allem auch finanzielle Erfolge zuerst mal zunehmen. Vielleicht, das ist jetzt meine Hypothese, auch deshalb, weil sie unglaubliche Risiken eingehen, weil sie sich halt auch nicht fürchten vor Konsequenzen oder eben denken, ja, ich bin sowieso der Beste, dann haben sie vielleicht noch ein bisschen Narzissmus drin oder so. Und dann halt durch diese Risiken vielleicht Glück haben und dann läuft es super gut. Und alle denken, wow, der ist super, der ist immer charmant und der ist immer gut drauf und der hat sich total im Griff und ist total erfolgreich und dann kommt so dieses Verehren, ja. Und da, in dieser Phase kreieren sie wohl auch so diese Followerschaft, also die Leute, wie jetzt Jeff in dem Beispiel, die sich dann um sie rum scharen und die sie dann quasi einigen für ihre Geschichte. So sektenähnlich auch, oder? So wie dieser Chef von Scientology oder was es sonst so an Sekten und Bild gibt, oder? Ja, ja, also wir haben, die Scientology ist jetzt vielleicht eine sehr, eine sehr große, die werden, also ich war, ich bin mir gar nicht sicher, ob das in der Schweiz noch eine Sekte ist oder schon eine Religionsgemeinschaft oder eine Kirche oder sowas. Man weiß es nicht. Das kenne ich mich jetzt wirklich nicht aus. Ja, ich auch nicht. Wir recherchieren das noch. Aber wir hatten, ja, wir haben ja diese kleinen Sekten, die es überall gab. Mensen war ja so ein Thema. Der, der war also an allen Ebenen irgendwie, hat bei dem, hat es bei dem geklingelt und der, der wurde ja dann auch verurteilt. Und das war ja, das war ein Serienmörder, oder? Meinte ich. Aber der hatte ja auch so eine Auswirkung auf Leute, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, voll. Die wollten ihn ja alle wegheiraten aus dem Knast, oder? War da nicht irgendwas? Ja, gut, das kommt dann noch dazu, dass das dann noch solche Auswirkungen haben kann. Aber gut, kommen wir zurück zu diesen Corporate-Seinkaufs. Und ich finde das auch spannend, dass Forscher eben davon ausgehen, dass die Finanzkrise 2007 und 2008, dass diese, also Botti hat das geschrieben, dass diese Corporate-Psychopathen quasi dort eine wesentliche Rolle gespielt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Und vielleicht nochmal vorher, also wir haben am Schluss ein potenziell schlechtes Ende, weil sie es einfach zu weit treiben und dann fällt das Kartenhaus zusammen. Und am Anfang haben wir also diese Euphorie-Phase, wo sie total bewundert werden und auch ihren Clan zusammenstellen, ohne dabei gar nicht eine Sekte zu gründen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung oder hat zumindest diesen Beigeschmack. Und dazwischen passiert dann irgendwas, da dreht es. Und ich glaube, daher kommt dann auch die Aussage aus diversen Studien, wo man dann sagt, ja, sie sind dann aggressiv oder feindselig gegenüber Mitarbeitenden oder machen irgendwas, was völlig nicht okay ist, auch arbeitsrechtlich oder drücken die zu stark oder was auch immer. Also Dinge, die einfach nicht okay sind, die mobben, die ignorieren, die schreien an. Und anders als die anderen Kollegen der dunklen Triade, mögen sie eigentlich per se mal die harte Manipulation. Also nicht so, sie können schon Charming und so machen, also charmant sein und blenden, aber vor allem mögen sie auch ein bisschen Dampf machen, Druck aufsetzen. Und ich glaube, das unterscheidet in vielerlei Hinsicht vielleicht diese subklinische Form der Psychopathie von der subklinischen Form des Narzissmus, weil dort viel mehr subtiler manipuliert wird. Um nicht zu sagen, der subklinische Psychopath oder dieser Corporate Psychopath zeigt dann halt Gewalt, aber eben überverbale Konstrukte. Und um jetzt vielleicht nochmal auf diese Mitarbeitergeschichte nochmal ein bisschen einzugehen. Also was glaubst du, hat das langfristig für Auswirkungen auf uns, auf uns Menschen, auf uns Mitarbeiter? Gleichen wir uns dann irgendwann an und sind irgendwann alle so oder leiden wir krass darunter und hat das dann irgendwie mega die Auswirkung auf, ich weiß nicht, auf unsere Erwerbsarbeit? Werden alle dadurch krank? Leiden die irgendwelche psychischen Folgen davon? Oder ist das eher sowas, jo, das muss man jetzt halt dann irgendwie ertragen? Oder das ist halt so und man kann es nicht ändern. Was ist da so deine Einschätzung? Weißt du, ich glaube, wir funktionieren ja alle immer in so einem gut-bösen Schema. Das liegt sicher in unserem westlichen Rahmen, liegt das sicher auch an der grundlegenden christlichen Sozialisierung, auch wenn wir jetzt nicht supergläubig sind. Einige von uns sind es, andere weniger. Aber wir haben das natürlich mitbekommen. Also das ist auch in der Politik und in den Medien so. Es geht immer gut und böse und so weiter. Und ich glaube, dieser Corporate Psychopath oder ganz grundsätzlich die dunkle Triade, die triggert das natürlich wieder. Also die sind böse. Und ja, das können sie natürlich sein, weil sie offenbar ein Gehirn auch haben, das eben auf mentaler, kommunikativer Ebene, vielleicht bis zu einem gewissen Grad dann irgendwann auch auf physischer Ebene, obwohl das eben wie gesagt selten ist, Gewalt ausüben können. Sie können Druck machen. Sie können Unmenschliches verlangen. Sie, wie Jeff das hatte, so dieses manipuliert werden, so eingenommen werden, dieses, wie du es nennst, Sektiererische. Und ich glaube, diese Fähigkeit wirken natürlich dunkel. Darum heißt es auch die dunkle Triade, weil es eben so etwas, ja, was irgendwie so etwas Negatives hat, so etwas, so die Nacht, so etwas Düsteres, so in der Richtung, oder? Ich glaube aber auch, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, da auf etwas diplomatischere Art und Weise im Auftritt, den ich hatte vor ein paar Wochen, dieses Heldentum, das wir uns so sehr wünschen, ja. Also wir wünschen uns, wir finden das in der Religion halt, was ich was, durch jemanden, der uns erlöst, oder jemanden, der uns guidet, oder jemanden, der uns alle Probleme löst. Und dann kommt dieser Typ oder diese Frau, es gibt auch weibliche Psychopathen, vielleicht ganz kurze Klammer, die gibt es also auch, sind aber seltener. Bei, jetzt in den klinischen Bereichen hat man offenbar festgestellt, dass Frauen sehr viel häufiger Borderline sind, oder so verdeckte Narzissten, aber es gibt schon auch weibliche Psychopathen, und die sind dann nicht viel angenehmer. Was ist denn Borderline, für die, die das vielleicht gerade nicht wissen? Was sind so Borderline? Borderline ist in klinischer Form, da weiß ich gar nicht, ob es eine subklinische, ob es wissenschaftliche Erhebungen zu subklinischen Formen gibt, aber das ist definitiv eine Persönlichkeitsstörung, also als Krankheitsbild, die sich in einer Vielzahl von relativ extremen Verhaltensweisen zeigt, die selbst- und fremddestruktiv sind, sein können. Und meistens geht man davon aus, dass die extrem leiden, unter extremen Emotionen leiden, und die können eben auch sehr gegensätzlich sein, also es kann irgendwie von, ich bin am Boden zerstört, traurig und habe Schmerz, in eine extreme Wut in relativ kurzer Zeit wechseln, und das nicht zu verwechseln mit dem manisch-depressiven, das ist eine andere Störung. Also ist eine Persönlichkeitsstörung, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, und ich würde jetzt nichts darüber wissen, ob es die ja auch in einer subklinischen Form gibt, wahrscheinlich ja schon, weil immer alles ein Spektrum ist, aber darüber hätte ich jetzt wie keine Angaben. Okay, danke für die Klammereröffnung und Schließung, das war hilfreich. Gut, also kommen wir zurück, wir haben also Frauen und Männer, die dann eben diese Charakterzüge mitbringen, jetzt im Beispiel des Corporate Psychopathen, und dann kommt eben dieser Hirte und dieser Retter. Und er strahlt, oder? Er strahlt, weil er keine Angst hat, weil er alles lösen kann, einige davon sind ziemlich intelligent, sehr zielstrebig im Sinne von, sie sind sehr aktiv, sie sind praktisch nie müde, sie sind selten gestresst, sind rhetorisch sehr stark, wirken auch durchaus sympathisch, und das ist doch der perfekte Held, oder? Absolut. Und dann hören wir irgendwie auf, nachzudenken. Wir fragen uns nicht so komisch, dass der jetzt so ein krasser Held ist und ich nicht, und dass mich das nicht wundert. Also warum sind alle, die ich kenne, stressempfindlich, haben Emotionen, haben irgendwie Tage, wo sie unsicher sind, wo sie Zweifel haben, wo sie auch mal Angst haben, und er oder sie hat das nicht. Niemand fragt sich, warum. Alle denken, ja, ist halt ein Held. Ja, oder alle denken halt, ja gut, es ist halt ein Sie, oder er muss es halt können, oder? Das ist bestimmt auch sowas, ne? Hat das trainiert. Ja, genau. Hat trainiert aufzuhören, ein Mensch zu sein, oder ein Mensch zu sein mit Amygdala aktiv. Und ich glaube, da kommt dann der Punkt, wenn wir anders darauf reagieren würden, also wenn sie nicht auf einen Wunsch von uns antworten würden, würden wir ja vielleicht mal eine Frage stellen und sagen, hör zu, ich habe das Gefühl, du bist ein guter Typ und so, oder eine gute Frau. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen drauf achten, weil es könnte ja sein, dass du so eine Persönlichkeitsausprägung hast, die hat halt auch Nebenwirkungen, vielleicht können wir das angucken. Ich sage jetzt nicht, dass der typische Psychopath dann begeistert wäre, aber wenn halt per se alle so reagieren würden, dann würden die sich ja auch wieder emotionslos fügen. Also die würden dann sagen, ja gut, wenn ich hier das machen kann und ich muss mich halt ein bisschen kontrollieren, dann so beit. Ja. Also, aber das tun wir nicht. Ja, stimmt. Wir lassen freien Lauf. Wir sagen, cool, endlich gibt es einen Held im Raum. Und ich glaube, das ist das Problem. Es geht nicht um gut und böse, sondern es geht darum, dass wir so eine Riesensehnsucht haben nach dem Held oder der Heldin. Und wenn der oder die dann da sind, dann schließen wir die Augen. Ja, ja. Wir hinterfragen nichts mehr sozusagen und nehmen es so an. Mit allem Guten, aber auch mit allem Schlechten, was dann damit einhergeht, ne? Wie würde es dir gehen? Meinst du jetzt, wenn ich eine Mitarbeiterin wäre, die unter so einer Person arbeiten würde, oder wenn ich so eine Person wäre? Ja, gut. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich so eine Person wäre, weil das wäre jetzt ein bisschen abstrakt vielleicht. Ja, eben. Aber stell dir mal vor, du kriegst einen neuen Chef, du bist irgendwie von mir aus in der Geschäftsleitung, du kriegst einen neuen CEO und die sagen alle, der ist super, der ist cool, der kann alles und der ist stark. Gut, und jetzt kommt der und du hast so den Moment, wo du denkst, wow, also super Auftritt, super Rhetorik, der wirkt total vertrauensvoll, der hat irgendwie 100% Zuversicht, der ist einfach der Oberhammer. Ja. Würde da irgendwo ein kleines rotes Fragezeichen an deinem Schädel projiziert werden, oder wäre das nicht so? Also ich sag's mal so, nach der jetzigen Aufnahme oder nach der jetzigen Folge definitiv, aber man muss ja auch ehrlich mit sich selber sein. Ich glaube, wenn ich da nicht so aware bin und von diesem Thema noch nichts gehört habe und da einfach mich noch nie mit auseinandergesetzt habe, dann ist es nicht so. Dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich da nicht aware sein, sondern ich würde das wahrscheinlich tatsächlich unhinterfragt so hinnehmen. Gehe jetzt einfach mal davon aus, zumal das auch so ein bisschen evidenzbasiert ist, weil ich der Meinung bin, dass ich sowas, ich möchte jetzt auch nicht näher, mehr Kontext geben, dass ich sowas schon erlebt habe. Und jetzt, wo du das nochmal so richtig aufgedröselt hast, mir das jetzt erst auch nochmal richtig, richtig klar wird, dass ich so einem, ja, so einer Art Sektenkult praktisch schon oder einer Person, die da oben steht, die mich ziemlich einnimmt und manipuliert, auch schon sehr im Arbeitskontext verfallen bin. Und ja, ich glaube, jetzt würde ich es vielleicht besser erkennen, aber damals habe ich es nicht erkannt. Und das ist schon krass. Ja, finde ich. Und ich meine, ich habe jetzt die Awareness irgendwie schon länger, weil ich habe da wirklich, es gibt ein paar ganz, ganz coole Bücher und auch Psychologen und Psychiater, die sich damit beschäftigen und die auch darüber schreiben und versuchen zu sensibilisieren. Und ich habe mich da natürlich irgendwann, bin ich auf die gestoßen und das ist schon ein paar Jahre zurück und trotzdem falle ich immer wieder rein. Nein, und der Grund ist, nein, der Grund ist folgender. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sind einfach professionell und die wirken ganz gut und die wirken auch ausgeglichen und die weinen dann halt bei ihrer Frau oder die machen das mit Sport oder die lösen das irgendwie anders. Die haben schon Stress, aber die zeigen ihnen nicht so krass und die sind eben super professionell. Die sind auch mental trainiert. Die können nicht keinen Stress empfinden. Die haben das, aber die haben das wirklich gut im Griff und die sind auch effektiv sehr charmant und die nutzen das aber nicht aus und die manipulieren auch nicht grenzenlos. Und die gibt es, sind wahrscheinlich nicht so oft vorhanden, aber die gibt es. Und wie krass Unrecht würdest du so einem Menschen dann tun, wenn du denkst, ah krass, das ist jetzt ein Psychoberat. Also gehst du natürlich Prinzip Hoffnung davon aus, ich habe jetzt hier eine Perle gefunden unter tausend Kieselsteinen. Und dann, wann kommt das Erwachen, ist, wenn sie sich hinter die Jalousien gucken lassen quasi. Also es gibt so Momente, wo sie vielleicht für eine Sekunde die Maske nicht sauber tragen. Irgendeine komische Reaktion in einem Gespräch oder ein übermäßig Charmantsein völlig in der falschen Situation oder ein Spruch, der ihnen entgleitet, der einfach, der, wenn du dir bewusst machst, was sie gerade gesagt haben, der so ein bisschen furchterregend ist. Oder ein ganz schlechter Tag, wo sie dann völlig von der Rolle sind und so richtig zeigen, was Wut und Impulsivität bedeutet. Oder sie bringen dich dazu, etwas zu tun und während du es tust, merkst du plötzlich, das kann nicht sein, diese eine Perle hätte das nicht von mir verlangt. Und dann muss es dir spätestens, dann muss es dir wie Schuppen von den Augen fallen, wer du da vis-a-vis hast. Gut, jetzt stelle ich mir das in dem Fall ein bisschen tricky vor, weil ich kann dir dann in der Situation irgendwie nichts tun oder kann ich was tun oder wie sollte ich da am besten reagieren? Schwierig. Weißt du, wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir jetzt, weiß ich was, 8,5 Millionen Schweizer oder sowas, wenn jetzt all die total sensibel wären an dem Thema, also die subklinischen Psychopathen selbst und alle anderen, dann hätte man ja ein, eben kein gut und böse Gespräch, sondern man hätte so eine Art Gespräch und sagen, hör zu, du bist jetzt halt so, kannst ja auch nichts dafür, ist halt irgendwie, dein Gehirn ist jetzt ein bisschen anders, kein Problem. Aber du musst halt schon sehen, dass die Art von Impulsivität geht jetzt halt nicht oder hier müssen wir schon ein bisschen auf Konsequenzen achten und du musst hier auch versuchen, Verantwortung zu übernehmen, auch wenn du das nicht gern machst, weil du bist jetzt halt in der und der Position. Also ich glaube schon, dass es durchaus möglich wäre, einen gesellschaftlichen Dialog zu führen, der sie einfängt, solange es diesen Dialog aber nicht gibt und ich als kleiner Hans oder als kleine Manuela, da, Gretel, da vor diesem Herrn oder dieser Dame stehe und mir die Schuppen vor den Augen fallen, dann zu sagen, hey, cool, ich glaube, du hast eine subklinische Form von Psychopathie und ich würde das gerne mal mit dir besprechen, würde ich jetzt so nicht machen. Also vielleicht, wenn man es ganz clever anstellt und Alternativen hat im Job, könnte man es probieren. Ansonsten, glaube ich, ist es auch ganz schwierig, weil wie gehst du, wie gehst du weiter, zum Beispiel kannst du es jemandem erzählen? Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass es subklinische Formen gibt, die denken dann, du hast dir sofort an, hier eine Diagnose zu stellen, obwohl du das ja gar nicht möchtest. Genau. Also sagen sie, ja gut, das ist jetzt auch übertrieben. Und die wissen ja auch nicht, dass diese Leute in gewissen Funktionen überrepräsentiert sind, also würden sie dir wahrscheinlich nicht glauben. Die Person selbst kannst du vielleicht nicht so gut ansprechen und selbst wenn, was ja die meisten Psychologen sagen, Narzissen und Psychopathen, ob subklinisch oder klinisch, sind ganz schwierig therapierbar, weil sie, glaube ich, nicht die notwendige Motivation mitbringen. Ja, sie sehen das Problem nicht, ne? Oder aus anderen Gründen. Ja. Und also wird er sich nicht verändern und schon gar nicht nur, weil du ihm Feedback gibst. Ja. Im schlechtesten Fall nervt ihn das und er denkt sich, hm, ich glaube, ich möchte nicht mehr mit der Person zusammenarbeiten. Und dann hast du noch mehr Ärger als vorher. Also ich glaube wirklich, was du machen kannst, ist dir vor Augen halten und auch die entsprechende Literatur lesen und sagen, okay, wie kann ich mit dieser Person umgehen? Und solange man nicht gemobbt wird oder ständig irgendwelchen impulsiven Attacken ausgesetzt ist, muss man ja auch nicht gleich davonrennen, sondern man muss sich einfach sehr bewusst sein, wie kommuniziere ich, vielleicht lieber nicht immer so ein provokatives Feedback geben, aber sehr anständig und trotzdem klar, selber versuchen sehr nüchtern zu sein und nicht emotional werden, weil ich glaube, in der Tendenz nervt die das eher ein wenig. Und ich würde nicht versuchen, die irgendwie auszutricksen, weil wenn sie so weit gekommen sind, sind sie wahrscheinlich nicht die dümmsten. Ich würde aber auch darauf aufpassen, das hat Jeff ja nicht gemacht, was ich für Aufträge entgegennehme. Also ich würde da vielleicht dann lieber sagen, dann künde ich halt und gehe, aber ich werde nicht zu deinem Handlanger. Also wenn du was machen willst, was nicht okay ist, dann mach es gefällig selbst. Ja, ich glaube, das ist auch eine krasse Gefahr oder dass man da halt schnell das dann kippt und man da zum Handlanger wird von jemandem und dann wirklich sich selber in Gefahr bringt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Trade-off, oder? Dass man da so seine eigenen Grenzen und seine ausloatet und guckt, dass es noch für einen selber in Ordnung ist und dass es nicht zu schlimme Konsequenzen hat. Was ich halt auch immer gut finde, ist, wenn man einen guten Coach oder auch einen Psychologen, nicht weil man selbst krank ist, aber weil es eine hohe Belastung ist, findet, mit dem man das besprechen kann. Der kann einem auch nicht rausretten oder der kann halt oder die kann dann auch nicht die Person ändern oder diese Charakterzüge ändern von einem Vorgesetzten oder wer es auch immer ist. Aber es hilft einfach auch, jemanden zu haben, der auf der einen Seite professionell ist und auf der anderen Seite einem halt einfach auch zuhört. Ja, weil vielleicht immer wieder Dinge passieren, wo man denkt, so nee, das kann jetzt nicht sein. Ich glaube, dann kann man sich so seine eigene Handlungsfähigkeit bewahren und seine Integrität. Und ich glaube, das sind halt Dinge, gerade wenn es dann so ein toxisches Umfeld wird, die man dann verliert oder wo vielleicht sogar das Ziel ist, dass man sie verliert. Und wenn das passiert, dann ist man in einer Misere drin, psychischer Natur. Also dann leidet man richtig. Und ich glaube, da kann man Prävention betreiben, indem man sich sagt, gut, ich kann den jetzt nicht ändern oder die. Aber ich kann mich selbst in einen mentalen, handlungsfähigen, integren Zustand bringen und immer wieder prüfen, kann ich das noch machen oder muss ich gehen. Du hattest ja vorhin schon deinen TV-Auftritt angesprochen. Mhm, den muss ich jetzt auch nochmal kurz aufs Tableau holen. Weil da hattest du ja auch eine, boah, vielleicht wäre jetzt viel zu viel gesagt, aber einen Austausch mit einem der Diskutanten, der dann auch gemeint hat, jetzt von Unternehmensseite, ja, wie soll man das machen? Soll man, also wenn es jetzt darum geht, was Unternehmen machen können, damit sie da die richtigen Leute rekrutieren? Ja, man kann ja da nicht irgendeinen Hirnscan machen oder sowas. Abgeleitet von der Frage, wie können denn Organisationen oder Unternehmen halt dazu beitragen, dass es da vielleicht ein bisschen, vielleicht ein diverseres Umfeld gibt in den Führungsetagen, wenn man es mal so nimmt. Oder dass sie halt da irgendwie jetzt vielleicht Leute einstellen, die nicht gerade ganz die harten Ausprägungen davon haben. Gibt es da irgendwie eine Herangehensweise, die du für empfehlenswert halten würdest nach deinen bisherigen Recherchen? Also in der Literatur ist es so, dass sie halt sagen, es ist unglaublich schwierig, diese Leute in einem Rekrutierungsprozess einfach nur durch ein Gespräch zu identifizieren. Weil die haben ja, also die müssen jetzt nicht so viel verbergen, weil eben niemand Bescheid weiß, aber trotzdem würden sie wahrscheinlich nicht ihr ganzes Inneren nach außen kehren. Also die würden nicht sagen, nee, also du bist mir scheißegal und die Firma auch und ich komme jetzt hier einfach rein und mache jetzt hier mein Ding und da gucken wir mal, oder? Hauptsache mir geht es gut. So läuft ja das Bewerbungsgespräch dann nicht ab, sonst wäre es ja einfach. Aber es gibt schon in der Personaldiagnostik Werkzeuge und auch Assessments, die darauf fokussieren. Und das Problem ist halt ein bisschen, wenn man jetzt sagt, okay, man macht so ein, es gibt auch so quantitative Tests, da kann man so ankreuzen oder Befragungen. Und natürlich, also selbst ein subklinischer Psychopath weiß natürlich, was sozial erwünscht ist und was nicht. Ja, genau. Also wird er natürlich das lesen und wenn da sowas steht wie, ich mag es, ich mag es Menschen zu kontrollieren oder was auch immer, ich mag Macht besitzen, dann wird er da nicht ankreuzen 10 von 10, oder? Selbst wenn es so wäre. Ich gehe nachher noch zu ein paar Fragen, die tatsächlich gestellt werden. Das waren jetzt fiktive Fragen von mir vorhin. Und diese soziale Erwünschtheit, das ist ein Problem. Auf der anderen Seite haben wir aber schon auch eben relativ gute Tools in der Personaldiagnostik, die das ermöglichen und auch professionelle Leute, die das erheben können. Und ich finde, wenn wir mal diesen Dialog haben und auch ein Bewusstsein haben, hey, die gehören halt zu uns dazu. Die gibt es, diesen gewissen Anteil von der menschlichen Population ist so und die machen ja auch ganz Erstaunliches, also im guten Sinne. Aber die haben halt so ein paar Typen und deshalb muss man die so ein bisschen im Auge behalten, wenn man sie an die Top-Spitze setzt und mit denen auch darüber reden und sagen, hey Leute, hier müssen wir dann doch zurückfinden zur Verantwortung. Dann kann man auch investieren in so ein Assessment und in Menschen, die dieses Assessment machen können. Das sind natürlich mehrheitlich dann Psychologen. Und eine weitere Möglichkeit, das zu überprüfen, ist natürlich die Simulation, also Verhalten. Wirklich, das ist auch Teil von Assessments, aber das kann man auch sonst im Bewerbungsgespräch machen. Und da muss man sich aber wirklich darauf achten. Und das Letzte sind natürlich so ein bisschen biografische Faktoren. Also wenn man im vorgehenden Arbeitgeber, wenn man da ein bisschen Augen und Ohren offen hat und das kann auch sein, dass gar nichts Negatives kommuniziert wird, sondern einfach nur absolut nur Positives. Also nicht lobend, sondern so überrissen gut oder dass dann Leute gar nichts mehr sagen. Das ist auch immer was Komisches. Warum reden die Leute nicht? Und solche Dinge kann man natürlich schon hinzuziehen. Und dann ist aber natürlich die Frage, der Zweifel bleibt, ist es so oder nicht? Es ist, wie gesagt, schwierig festzustellen. Und da muss man auch ein Auge drauf haben. Und da hat der Herr im Fernsehen schon recht gehabt. Er hat gesagt, wir müssen vielleicht auch die Arbeitsverträge dann anpassen und die Rechtsgrundlage anpassen. Im Sinn von, du kommst hier rein und du kannst hier deine Fähigkeiten anwenden, aber du wirst zur Verantwortung gezogen, wenn du Machtmissbrauch machst, wenn, wenn, wenn. Das ist schon sehr spannend. Ja, und das würde vielleicht auch einen Rahmen geben, da hat er schon recht, wo dann die vielleicht entweder gar nicht unterschreiben oder sich zumindest etwas zügeln. Ja, das ist, ja, so wie schon so ein Sanktionsmechanismus zuvor praktisch, der dann schon mal aussiebt, die ganz Hardcore-Leute, die genau wissen, was sie da machen. Oder wenn sie irgendwie eine ganz böse Agenda haben, dass die dann da schon gar nicht anders antreten. Ja. Ja. Interessant. Und ich würde vielleicht zum Schließen, würde ich noch ein paar so Anzeichen reinbringen. Und ich finde vor allem die erste Dimension, das wäre eben so diese erste Kategorie, finde ich ganz, ganz spannend. Und wenn man sowas beobachtet, sollte man zumindest mal ein bisschen aufmerksamer werden. Und diese Punkte beziehen sich ebenfalls auf Hair. Das ist die Psychopathie-Checkliste. Und die ist nicht ganz, nicht alle sind Fan von der Liste. Das ist ja immer so bei Forschung. Es gibt dann immer wieder Fragen, kann man die so anwenden. Aber wir sind ja jetzt hier keine Psychologen und es geht ja auch nur darum, so ein bisschen ein Gefühl zu entwickeln. Und ich würde dir mal so die erste Dimension vorlesen, Ausnutzung von anderen. Und da steht drin, ein sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme ist aber unterhaltsam. Erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Er überschätzt seine eigenen Fähigkeiten. Krankhaftes Lügen und Betrügen als Bestandteil des Umgangs mit anderen. Also wenn ihr immer wieder feststellt, auch wenn es kleine Dinge sind, der lügt einfach. Dann, also ob jetzt das Psychopath dann ist oder ob es eine Mischung ist mit irgendwas oder ob es eine subklinische oder eine klinische Form ist, ja egal. Aber einfach fürs Bauchgefühl, da stimmt was nicht. Dann hier kommt es oder manipulatives, trickreiches Verhalten, um Vorteile zu realisieren. Fehlende Reue beziehungsweise Anteilnahme und oder gespielte Reue. Da kann man ein bisschen gucken, wie gut er das kann. Oberflächliche Gefühle, flache Affekte. Dann Gefühlskälte und Mangel an Empathie. Das kann aber, das muss man sagen, das können die auch teilweise spielen. Also bis zu einem gewissen Punkt. Können sie unglaublich sozial kompetent wirken. Das kann man aber dem schon ein bisschen auf den Grund gehen. Dann sieht man dann schon, wo die Empathie bleibt, wenn es ihnen gerade nicht in den Kram passt. Und dann fehlende Verantwortungsübernahme. Und da wären wir wieder bei diesen Verträgen oder bei diesen rechtlichen Rahmenbedingungen, die halt schon helfen würde, wenn man sagt, okay, wir machen quasi Prävention für Leute, die, wie man es auch immer nennen wollen, Persönlichkeitsausprägungen haben, die dazu neigen, sich zu Ungunsten der Firma oder anderen zu bereichern oder selbst in Szene zu setzen. Ich bin gespannt, wie diese Klausel nachher wirklich lautet. Sollte sie eingeführt werden. Da müssen die Juristen machen. Das sind wir die Falschen. Also die Psychologen müssen diese Evaluation machen. Das machen wir Soziologen ja nicht. Und die Juristen müssen dann die Verträge machen. Am besten reden die beiden mal, die beiden Disziplinen mal miteinander. Dann kriegen wir auch die Lösung hin. Dann gibt es noch diese andere Dimension. Und das ist mehr so der Impulsivitätsgrad. Erlebnishunger. Das finde ich so spannend. Ist ja klar, oder? Wenn die Amygdala immer in der Pause ist, dann denkst du einfach, das Leben ist langweilig. Ja, gib mir Futter. Ja, gib mir Futter. Und da möchte ich schnell einen Sprung machen in die Klinische. Das ist ja genau das, was wir immer in diesen Horrorfilmen haben. Diese Täter dann, diese Kriminellen, die jagen ja Menschen. Und das ja mitunter, es gibt ja ganz verschiedene Gründe dafür, aber einer ist sicher auch dieser Erlebnishunger. Oder es ist natürlich ein Drill, also ein Drill im Sinn von unglaubliches Adrenalin wahrscheinlich, das da kommt. Oder was auch immer. Und dieser Erlebnishunger sieht man eben nicht nur bei den Kriminellen oder bei den gewalttätigen Psychopathen, sondern eben auch so. Also wahrscheinlich immer wieder mal neues Projekt, noch grösser, noch weiter. Das Risiko müssen wir eingehen, das ist doch super und so. Das Erlebnishunger. Dann parasitärer Lebensstil. Da muss ich etwas lachen, wenn ich an die Boni denke. Ich glaube, man fördert da das Falsche. Definitiv, definitiv. Genau, also da ist dann jeder, ist da ein guter Rat teuer. Dann geringe Verhaltenskontrolle, reizbar, Aggressionsneigung bei Frustration. Also eben, wenn etwas schief läuft, mal die Aggressionsmessung vornehmen und gucken, wo wir da stehen. Gut, dann sind Dinge, die man nicht weiß, aber natürlich frühzeitige Verhaltensprobleme in der Kindheit. Aber das wäre dann vielleicht eher bei der klinischen Form. Weil bei der subklinischen Form, glaube ich, die gehen das Move durch. Ja. Und dann kommt, und das finde ich noch spannend, diese klinische Form hat dann ja ein Problem mit so Zielen und Ambitionen. Und ich glaube, die subklinischen, also diese Corporate Psychopathen, die haben das eben nicht so. Vielleicht, weil sie irgendwie so ein bisschen Narzissmus noch reingewürfelt haben oder weil sie einfach diese Gleichgültigkeit gegenüber sich selber nicht so ausgeprägt haben. Also die haben schon Ziele und die sind schon ambitioniert. Also das ist, ich glaube, eben und dann das, was wir schon gesagt haben, dieser sehr geringe Wunsch, Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise die anderen zu blamen, das kommt dann noch dazu. Ja, mega. War das schon abschließend, deine Liste jetzt gerade? Ja, das ist abschließend, aber es ist lange genug. Ich wollte gerade sagen. Wenn ich mir so denke, wenn ich mir so denke, wenn ich mir ein paar Leute vor das innere Auge hole, dann denke ich so, holy shit. Ja, und ich glaube wirklich, wir müssen es schaffen, dass wir darüber reden und eben nicht wieder so einen Hass ausarten und so böse und so, sondern wirklich sagen, hey cool, offenbar braucht es euch. Ihr habt euch durchgesetzt, ja, und das ist gut, aber wir müssen an dieser Selbstregulierung etwas arbeiten. Ja, das finde ich jetzt auch ein gutes Abschlussstatement oder das wollen wir eben auch unseren Zuhörerinnen und den Zuhörern wahrscheinlich so mit auf den Weg geben oder dass sie da so ein bisschen am Thema, dass sie zumindest das Thema mal gehört haben. Wir werden dann wahrscheinlich auch deine ganzen Recherchen bzw. die ganzen Studien und Literaturempfehlungen dann noch in die Shownotes packen, oder? Ich denke, da hast du das Bündel vorbereitet, dass wir das da reinpacken können. Ja, und dann können wir nur hoffen, dass sich dadurch vielleicht irgendwie der Städte tropfen, hüllt den Stein, langsam aber sicher da irgendwie vielleicht die Perspektive auf sowas ändert. Und man vielleicht CEOs oder irgendwelche Untergänge von Unternehmen oder sonstige Sachen, die passieren nicht immer nur mit Gier gleichsetzt, weil wir haben ja gerade gehört, auch durch deine Ausführung, dass da noch ganz viele andere Sachen eine ganz große Rolle spielen. Ja, dann sage ich danke für diese spannenden Inputs, Franka. Ich bin richtig, ja, geplättet gerade aber auch. Erst mal verarbeiten. Ja, das ist so. Ich muss das auch jedes Mal wieder verarbeiten und ich möchte auch wirklich all den Psychologen und Psychiatern danken, die ihre Zeit damit verbringen, in der Richtung zu forschen und auch aufmerksam darauf zu machen, auch wenn irgendwie am Schluss doch niemand zuhört. Und ich hoffe, ich habe das als Soziologe mit einigem Background in Psychologie einigermaßen gut erklärt. Also von meiner Seite aus auf jeden Fall. Aber da hast du wirklich und vielleicht können wir da an der Stelle dann auch gerne noch bitten, falls jemand Bezug nehmen möchte, seien es jetzt wirklich, vielleicht gibt es ja Psychologen, die diese Folge jetzt hören, die da vielleicht noch mehr Hintergrundinformationen dazu haben oder vielleicht gibt es ja sogar Personen, die sich da jetzt gerade selber wiedererkannt haben. Das ist auch der Psychopathen-Chat. Genau, der Psychopathen-Chat, wir bieten ihn an. Und vielleicht ja Mitarbeiter, die vielleicht irgendwie eine Erfahrung damit gemacht haben, vielleicht gibt es ja Leute, die das schon erkannt haben und schon mit ihrem Vorgesetzten mal darüber gesprochen haben oder, also ja, wir sind froh über jegliche Art der Interaktion und Rückmeldung zu diesem Thema, weil wir da selber auch noch mehr drüber lernen wollen und da ja einfach Lust haben, auch mit euch ins Gespräch zu kommen. Ja, oder? Absolut. Und an die Soziologen, die zuhören und an die Betriebswirten. Nehmt das Thema in eure Kurse auf. Es gibt es doch nicht. Das hat Wirkung auf Gesellschaft und Unternehmen. Das kann aber nicht sein, dass das Thema nicht drin ist. Bitte aufnehmen. Wir müssen hier Erwärme schaffen und ich hoffe, das hat einen Teil dazu beigetragen. Und ich danke dir, Luisa, natürlich für die super Interaktion und das super Gespräch und freue mich auf das nächste Thema, das ja auch wieder per se mal super schockierend ist. Absolut. Da bleibt mir dann nichts anderes zu sagen, als nochmal danke an dich, Franka und an die Zuhörer und Zuhörerinnen noch. Ihr könnt gerne auch auf unserem Instagram-Kanal vorbeischauen. Da haben wir auch so noch ein bisschen Hintergrundinfo zu diesem Thema dazu gepackt und ihr findet den Link zu unserem Profil in den Shownotes, wie alle anderen Sachen auch. Tschüssi und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.